Und heute geht es weiter mit Miraculous Lady Ghost und Lady Vampire Ich weiß, ich habe es jetzt gerade umgekehrt gesagt, ist ja auch egal Und ich labere jetzt nicht so viel sondern fange auch schon an Lady Cat Wow, Katrin Katrin? Was? Du bist schwarz Wirklich? Ja Oh mein Gott Wieso bin ich denn schwarz? Weil sich auch deine Farbe anscheinend ändert Okay, und wie heiße ich jetzt? Lady Cat Cool, ich heiße Lady Cat Aber muss ich noch einen Schwanz haben? Nein, du kannst deine Haare auf Aber jetzt müssen wir zuerst mal trainieren Was ist denn meine Waffe? Deine Krallen Genauso wie Kat Noir Oh, Kat Noir Bist du jetzt weil ihn verknallt? Ich schwärme von ihm Okay Dann kannst du ja sozusagen die Retterin sein Was? Die Retterin? Oh mein Gott Ich will so gerne Kat Noir Mal kennenlernen Ich gucke fast immer die Serien Ähm Wow Also meine Krallen sind Und das ist dann mein Ähm Zum Beispiel wie bei dir Oder bei Ladybug Der Glücksbringer Das ist genauso wie Kat Noir Du kannst Kataklysmus Und dann kannst du was zerstören Okay Aber wie gesagt Das ist genauso wie bei uns In 5 Minuten Verwandeln wir uns zurück Oh Ja Also wir trainieren jetzt ein Weilchen Bis du das alles kannst Okay Inzwischen bei Claudine Äh Bei Lady Ähm Blackfetter Und bei Spectra Ich habe meine Schuhe falsch an Ach egal Ich bin ja jetzt in Miraculous Weg Und du Spectra bleibst Gefälligstier Nein das heißt nur tun Ich bin ja eigentlich wert Lass mich sofort hier raus Niemals Greif an Pass auf Sieh auf Wie kannst du es machen Bin ich in der Schulstunde zu stören Cassie Hey Verwandle mich sofort wieder zurück Nehmals Cleo Mini Cleo Guck mal an Guck dich doch mal im Spiegel an Du siehst so süß aus Hahaha Los Befall mich sofort Wieso muss denn jeder Immer denken Ich war süß Ich meine Ich bin ein kleiner Mini Ja ich siehst so süß aus Aber trotzdem Ich muss mir Hilfe brauchen Häää Dieses mickige Ding Ha Mich aufhalten Da ist der Tresor Inzwischen bei Catrine Also Lady Cat Und Lady Vampire Beziehungsweise Draculaura Du hast jetzt alles gelernt Und ja Ähm Was ist jetzt mit meinem Kataklysmus Du weißt ja wohl wie das geht Ich meine du hast Cat Noir's Haus Und mag es Ja weil der so hübsch ist Und wenn der Adrian wäre Bei Cat Noir ist Adrian Das macht doch nichts Er muss einfach verwandelt bleiben Und dann gefällt er mir Nicht schon wieder Äh Ja Du magst doch hier wohl auch jemanden Nein Ähm okay Also da heißt das jetzt Nein Ich sei mein Kataklysmus Nicht Nein Wir müssen jetzt auf ne Mission Oh mein Gott kann ich fliegen Ähm Keine Ahnung Los Wir müssen jetzt gehen Hey warte auf mich So Voila Ich setz mich jetzt auf Ist das bei coolen? Nein Das tut Weh Das hört sich ja gut an Lass dich sofort frei Niemals Lady Vampire Und ein neuer Ich bin Lady Cat Verschwindet Oder ihr seid weg Niemals So Leute Das war's mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Und ich hoffe Dass ihr Lady Cat gut findet Und wenn ihr wollt Dass ich noch eine zweite Staffel mache Schreibt es unten in die Kommentare Dann wird Cassie Ähm Dann Lady Wolf sein Also wenn sie zurückverwandelt ist Ist sie dann so Die Heldin Also mit anderen Schuhen Und wollt ihr dass auch Catrine wieder dabei ist Und wenn ihr auch wollt Also ihr dürft jetzt unten In die Kommentare schreiben Für die zweite Staffel Und zwar entweder für Claudine Schreibt ihr die 2 Oder für Cassie die 1 Und wenn ihr wollt Das Spectre Ähm Zum Beispiel Miraculous Nicht mehr will Und einfach nicht mehr will Ähm Schreibt dann die 3 Darunter Also Also Die 2 für Claudine Die 3 Äh Die 2 für Claudine Die 1 für Katie Äh Catrine Und ähm Wenn Lady Ghost bleiben soll Dann die 4 Ja Also das war's mit dem Video Bye Bye